Wir sind am 28.06.2022. Jetzt gehören wir die Amstel hier hinten. Innerhalb wird noch ein Raben vorbei. Und hier ist es in Schwalbe und in Möbe. Das ist ein Bussart. Die Dekoration haben jetzt auch etwas geändert. Jetzt sind gleich wieder die anderen Töpfe. Jetzt ist beides hier. Jetzt hat die Dekoration im Vergleich zu letzten Jahren geändert. Jetzt hat man das von letzten Jahren und das von diesem Jahr. Eine Art Ergänzung. Das ist ein Bussart. 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 Das ist ein Bussart.